Hallo Leute, ich habe die Gasmaske gefunden und ich habe jetzt fast den ganzen Weg auswendig gelernt. Verdammt nochmal, ich werde jetzt versuchen rauszukommen. So, dann hier. Wilhelmina. Und jetzt ganz nach links. Fick dich. Oh, noch eine Nachricht. Oh, oh fuck. Da ist die Leiter, die Leiter, die Leiter, ja? Jawohl, wir haben es geschafft. Mein Gott. Oh, was soll ich jetzt? Blow, 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 blow. Ach nichts. Ach man das, los. Wow. Okay. Ich starb. Aber ein gutes Spiel. Sehr gut. ... Musik Okay alles klar die starben also alle und unser held auch also ich muss sagen das spiel ist ganz toll zu kurz erinnert sich amnesia hat mein freund richtig gesagt ja gut das war nur ein kleiner projekt von mir ja wollte es so ich habe das zu endlich zähne gebracht und ohne scheiß ich hatte sechs mal probiert also ohne die videos aufzunehmen habe ich das sechs mal probiert ohne scheiß nicht aber jetzt um sieben mal habe ich es doch geschafft ok 1916 der unbekannte krieg ist vorbei ich rate euch auch das mal zu zocken man kann das kostenlos downloaden ihr könnt einfach googeln 1916 download es ist kostenlos und ja also mein dank an die macher ihr habt richtig ein gutes spiel gemacht ja 1916 ins ende ich weiß nicht ob im nächsten projekt ein noch ein horrorspiel kommt aber bleibt gespannt nicht vergessen abonnieren kommentieren und auch weitere videos freuen dem typ sagt tschüss mit 1916 und wir sehen uns dann in den nächsten projekten bis dann